Wobei wir jetzt weiter rausgehen! Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu zu Floschi und demnächsten Part von Nitrospeed Underground 2. So, wollen wir mal hier das nächste Renn starten? Oh, das sollte ganz klar erster Platz werden. Aber bevor ich große Töne spuck, schaut in die mir selber. Okay, die P sind dann schön nach vorne. Ich hoffe mal, dass das keine große Bedrohung wird. Okay. Ich hab sie schon eingeholt. Also, pappelabapp. Quatsch mit Soße, das regle ich. Next to me. You. Call me maybe. It's me your number. Oho. Woah. Das war knapp. Woah. Da kam ich ins Rutschen. So, jetzt geht es rein in die Stadt, runter von der Autobahn, wir haben 71% der Strecke hinter uns und man sieht schon, das ist unser Start, ich wollte gerade sagen, man sieht schon das Ziel, aber das wäre ja gelogen. Also im wirklichen Leben wäre mein Auto schon lange kaputt, also will ich auch nicht so wie so ein Irrer hier rumheizen. Ach, da waren Abkürzungen, die ich nehmen können, aber so schnell achtet man nicht da drauf. Aber ich kann sagen, ich habe das Rennen gewonnen. Es sei denn, es passiert jetzt noch was. Aber nein, es passiert nichts. Jo, was kriegen wir neu? Felgen. Nö, ich habe meine Felgen. Die mochte ich, seitdem ich das erste Mal Need for Speed gespielt habe, also anderen zwei. Das sind die Fälle, die ich mehr mochte. Hey Mann, der Typ verschwindet gleich. Wird zwar ein enges Ding, aber wenn du ihn in den nächsten 1 Minute, äh, 1 Minute und 20 Sekunden nicht erreichst, hast du Pech gehabt. Ja, wo geht's hin? Ja, wo geht's hin? Dorthin? Das ist ja... ...n Philefanz. Sollte machbar sein. Du sagst nein oder du sagst ja. Aber wenn du die Problemlösen, ich guesst. Schaut, Laserstrahl! Und zwar mehrere. Oh! Check this out! Ups, ups, ups! Haha! Wow! Scheiße! Ja, okay, die nächste sind die auch weit fahren können. Das war jetzt ein bisschen dumm von mir. Aber ich schaffe das noch. Nein! Oh, Glück gehabt. Stuff! Neues Zeitschrift. Speichern! 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 So, dann wollen wir mal gucken, was haben wir hier noch Schönes. Ehm, Sprint haben wir noch. Street X, der mich mal in die Tonne treten kann. Einen Rundkurs, ein Drift. Sollte machbar sein. Aber erstmal fahren wir zum Grundkurs. Ich fahr jetzt in die Richtung. Hoffentlich sehen wir uns da. Ende. Ich bin immer unterwegs. So, wieder eine leichte Strecke hier. Meistens halt Autobahn. Also sollte machbar sein. Wir sind Zweiter. Erster ist Matayo. Mit einem Mitsubishi Eclipse. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Uh, Nigel fährt nett. Soll noch mal ein paar Buchstaben austauschen? Nein, das macht man natürlich nicht. Nachher ist es hier noch. Ich bin wieder einmal Rassist. Aus Nigel kann man ganz leicht Nigga umformen. Ach scheiße, das wollte ich noch gar nicht machen. Ja, jetzt ist mir natürlich was gerutscht. Naja. Was soll man machen? Wir sollen drei Runden fahren. Sehe ich genauso. Nach Arsch nicht einfach mal. Ja ne, ist klar. Ich weiß ja okay. Ob ich das durchschaffe? Das ist immer so ne Sache. Ob man das schafft oder nicht. Mal schaffe ich das 1a durch. Und mal verhaue ich das. So, da ist auch schon das Rennen Ende. Also von der ersten Runde. So, wir sind in der zweiten Runde. Alles lüft super. Oh, das war knapp. So, wir sind in der ersten Runde. So, wir sind in der ersten Runde. Mit dem Vorsprung von einer Millisekunde. Und 50 Millisekunden kann man sorgen. Sorgen, Knorgen, Schlagen. So, lass knacken. Lass bloß keine fallen. Oh. Bisschen Nosfer Baller. Uh. Habe ich die Wand geknutscht. áo graduates. Habe ich die Wand. Habe ich den? Ey, es ist ein Schuss. Habe ich sage. Pauwere. Pauwer. Habe ich. Pauwere. Oh, wir sind schnell da unten rum, die sehe ich gerade. Ja, meine Katze steht da und guckt mich blöd an. Geht jetzt nicht hin, guck mich weiter hin. Jetzt habe ich hier irgendwas gekasert. Oh, mein Gluck, äh, mein Gluck, mein Gluck. Mein Glück, ich habe noch ein bisschen nass. Ha, sauer rumgekommen. Mh, lecker. Ah, meine Pfoten schmecken so lecker. Hm? Und die ganzen Haare dazu. Putz, 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 putz. Ja, wir haben gewonnen. Oh, mein, 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 mein. So, wo sind wir jetzt? So, dann können wir eigentlich da hochfahren zu dem Drift-Rennen. Dann können wir das eigentlich als nächstes machen, gleich am Start für den nächsten Part. Daher diesen Part wieder benden muss. Weil ich glaube nicht, dass ich den Drag in zwei Minuten schaffe. Oh, hier ist Geld. 100 Euro. 100 Euro. So. Das war's dann auch wieder von mir. Oder? Mal gucken. Fick dich. 44 Prozent. Ja, ne, was mach ich da? Ja, ne, was mach ich da? Und wir haben 76 Prozent der Pfoten. Prozent, sag ich schon, Teile freigestandet. So, perfekt eingeparkt. Das war's von mir. Und tschüss. Bye-bye. Und auf Wiedersehen.